Hi Leute, willkommen zu einer spannenden Folge Fortnite. Ich bin gerade mit diesen dreien, reinig ist leider gestorben, aber er hat sich für uns geopfert. Und ja, der Trieb... Ja, ich seh's. So, und wir sind vielleicht am Gewinn. Dann hab ich auch mal ein Video, wo wir gewinnen. So, jetzt schön. Leute, ich hab auch Jump-Pads, aber ich glaube, wir müssen aufheben. Ich hab Schaden bekommen, wie... Ich sag's, dass ich behindert bin. Ähm, okay. Na gut, da bände ich mal meinen Aufnaam. Okay, Leute, das war's von dieser kleinen... Schaut auf jeden Fall bei Rini vorbei. Ja, danke. Okay, also wie gesagt, schaut bei Bームbooster vorbei. Das war's mit dieser kleinen Folge Fortnite. Lassen die Bewertung da. Tschödele. Ciao. Das... Gut. In Kasten. Alter, Digga, Alter. Das war's bei der Rudi-Hitze. ja ich habe ich habe ich habe es reizen nein ich bin ganz safe ich sehe ein bau ich bin ich losgehen ist los in einem hitt mit dem phantom wo ist denn der wo ist denn der kommt da kommt ja ich kann es nicht nein noch nicht ist nicht die position ich habe glaube ich ja gewonnen 4 kills enkel 5 leute ich hoffe es hat euch hat dieser kleine dings gefallen gewonnen und ja hier sind alle ganz gefreut jetzt hat niklas und reini auch endlich ihren spider-man regenschirm und dann würde ich sagen freut sich auf die nächste folge